Wer hätte gedacht, dass Arielle die Lieblingsfigur von Kirito ist? Und Arielle, kein Bruder, das ist kein Bruder. Was? Arielle habe ich noch nicht einmal gesehen. Mit den Boten erkennt die Arielle nicht, was ist der Weg? Entschuldigung. Nichts entschuldiger, das ist ein Klassiker aus meiner Kindheit, hallo? Ja, mein Beiler ist. So, Arielle ist ein Bruder. Ich habe andere Klassiker geschaut.